Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ja, ich bin hier direkt wieder im Action. Ja, ich schnack mal runter, danke. So, wir gehen jetzt die nächsten Teile holen, die wir brauchen. Äh, von dem Flugzeug. So, wenn ich die ganze Zeit so angegriffen habe. Oh, danke. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg, sonst ist mein Auto gleich spontan. Ich habe keine Teile bestimmen. Nein. Nein. Keiner hier draußen. Draußen ist keiner. Toll. Okay, wir machen erst mal alles hier platt. Hey, 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 hallo. Halt mal aus, dein Junge. Hey, wieso hat er sich nicht geheilt? Ach, Mann. Ich habe schon verloren. Egal, ich hoffe, dass ich nicht weit weg bin. Ah, nee, ich bin direkt da. Auto ist auch direkt da. Perfekt. Äh, mein Auto steht da hinten. Perfekt. Hier steht mein Auto. Wie sieht es aus hier? Okay, das Flugzeug. Na, wir fahren da hinten. Ist mir sicher wahr. Hallo. Hallo. Komm her. So, das Auto ist hier. Kann das sein? Hier. Oh, ab zu den Brüdern. Ja, mein. Ja, stimmt. Oh, nee, 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 aussteigen, solange es hier gerade rum ist. Ähm. Ah, okay, geht schon mal gar nicht. Äh, alles reparieren. Sieben schrauben, P-Mär. Okay, hier fehlt mir eine Schraube. Ähm. Okay, hier fehlt mir eine Schraube. Komm, komm. 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 Ich grabe da auch schon gut. Also. Ich bin ja auch nicht. So, wir kommen. Du hast ein paar Schrauben für mich. Zinnige Gleisen. Ach ne, noch mehr zu liegen ist. Das ist die Rennstrecke. Oh mein Mensch. Alles klar. Ich bin der Starr. Komm angetuppelt. Vielleicht kann ich mir hier ein paar Schrauben holen. Oh. Die Spaß wünsche ich dir. War ich überhaupt richtig? Mal schnur noch. Oh. Schabel nur. Oh. War ja schon weiter. Keine Rolle. Hier. War weiter. Ja. Ich muss irgendwie nach oben. Guck mal hier hoch. Ja. Alles klar. Oh Gott. Alles geht kaputt. Vielleicht kannst du ein paar Sachen herstellen. So. Check mal aus. Gucken wir mal, ob wir ein paar Sachen herstellen können. Ich brauche nur Getriebe und Fahrwerk, glaube ich. Ne. Schrauben, Schrauben. Alles klar. Okay. Na dann. Wir müssen uns Schrauben besorgen. Hier bitte eure Treibstoffleitern. Danke. Und jetzt bereite deinen schwachen Verstand auf etwas Großes vor. Du bist gleich in unseren Plan eingeweiht. Und dein Hirn wird explodiert? Okay, okay. Schieß schon los. Halt dich bereit. Für etwas Großartiges. Wir haben einen Raketenwagen gebaut. Eine Lokorakete. Ein Turbozug. Ein Jetschienenfahrzeug. Wir haben drei Sitze. Wir werden die Barrikade im Tunnel durchbrechen. Inüber zur anderen Seite. Und du begleitest uns. Ihr wollt einen Zug als Rambock nutzen, während ihr drin sitzt? Das ist euer Ernst. Unser Plan ist fehlerlos. Hab ich dir nicht gesagt, dass ein beschränkter Intellekt nicht in der Lage ist, das zu verstehen, Fatin? Natürlich. Das könnte da auch schief gehen. Ach. Dann zieh dir unsere Werke an, du Affe. Und verzweifle. Denn du wirst keine zweite Chance bekommen. Bekommst du nicht. Genau. Ist mir schon klar, weil ihr das sowieso nicht überlebt. Du Mann des schwachen Glaubens. Und schwachen Verstandes. Hier. Nimm dieses Hackwerkzeug. Wir brauchen es nicht mehr. Vielleicht findest du ja einige der Kisten, die wir vor dem Absturz abgeworfen hatten. Mit deinem Peilgerät und diesem Ding, kannst selbst du sie aufbrechen. In den Kisten findest du einen Beweis unseres Chemies und unserer Brillanz. Falls du den Inhalt verstehst, kann sich bezweifeln. Bis dann, Crane! Und vergiss nicht! Wenn's regnet, geh rein! Okay, alles klar. Alles klar! Gucken wir uns das mal an. Okay. Oh, Jesus. Ruten Frieden, ihr zwei. So. Dann müssen wir wieder zu fahren, so wie es aussieht. Weil ich brauche Schrauben. Ja, wir sehen vielleicht. Reicht das noch bitte. Will nix kaufen. Neue Fahrstücke. So. Okay, hallo. Den hier. Auf wird. Wir haben nicht schlecht, eigentlich. Einwerfer. Ja, komm, wir machen das erst mal. So, hier. Gehen wir eh schnell zusammen. So, wie es aussieht, ob es jetzt ein Dach aussieht. Wie es aussieht, ob es jetzt ein Dach aussieht. Wie es aussieht, ob es jetzt ein Dach aussieht. Ich muss eben was liegen. Weil es mir egal ist. Wir wollen zurück. wie es aussieht. Oh Gott, den großen habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre so ein Fuzi. Wir müssen da runter. Ich will nur gucken, ob ihr Schrauben habt. Ne, nur Gummi. Da ist er eine Stunde, wie ist er gerade zu mir gekommen? Ok. Danke. Danke. So. Da ist er noch, er ist noch mehr kaputt. Mal hören wir das mal. Da, Pim, wieder Teile hier. Boah. Okay. Wir suchen weiter nach Autos. Hier ist Schraube. Auf dem Weg nach Hause. Ja, perfekt. Wir können alles bauen. Wir können alles zubauen. Oder? Ne. Eine Schraube habe ich nur gekriegt. Boah. Wie assig ist das? Was ist denn hier los auf einmal? Komm mal. Komm mal. Komm mal her. Ich brauche noch ein paar Schrauben. Da ziehe ich mich lieber auch mal mit. Wir nehmen das Auto hier oben noch. So. Das dürfte da eigentlich reichen. Ja, nein. Schrauben. Immer gut. Schrauben. Sehr gut. Also kann ich jetzt endlich wieder mein Auto reparieren. Auto reparieren. Da fehlen ja eigentlich nur die Bremsscheiben. Und der Motor, ne? Aber was steht denn das Haltbarkeit? Haltbarkeit. Zustand 36. Okay, der Motor geht auch nix kaputt. Oh. 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 Das heißt erstmal ne Augen. Oh. Warte mal. Die zwei mit. Die zwei mit. Genau. Vielleicht schrauben. Gumi. Oh. Wo müssen wir denn hin hier? Oh. Toll. Das wollte ich nicht. Wir müssen nach da. Himmel der Sonne gekommen. Wir müssen heilen. Aha. Das drehen wir immer noch eine Scheißschraube. Hier oben haben wir noch mehr Autos. Vielleicht können wir direkt mal durch die. Ey, was bewirfst du mich hier? Schrauben. Schrauben. Leer. Schrauben. Leer. Schrauben. Leer. So, jetzt kann man reparieren. Jetzt. So. Ja, jetzt ist es halt wieder. So, bevor wir dann neue bauen müssen. Okay. Auf geht's. Was ist hier? Wir kommen. Mit ein ganzes Auto. Ich bin hier in Gefahr. Ich bitte euch, Brüder, helfen mir. Ich bin hier in Gefahr. Da fahren wir lieber mal den Weg weiter. So. Hier bin ich sogar jetzt mal aus und weisen mal richtig abgebogen. so ist klar das war schön verkaufen gehen doch halbbar kann man die noch reparieren wird wird man noch reparieren da werden wir eigentlich ja hier könnte man noch mal reingucken wir haben auch genug ja auch bis jetzt aber ja wenn man gebraucht wird immer gerne mit augen auch gerne alle mit der wahl ist nicht so wichtig gebrauchen das wäre das wäre mega geil 319 und schaden krass wäre mega geil aber kann ich mir leider nicht kaufen was ist das denn hier verkaufen danke immer noch hier wackeln kann man auch verkaufen so sind wir noch ok schrauben habe ich fünf stück nur 7 ist auch mal wieder ein bisschen mehr sammeln gehen noch ganz alles klar da würde ich auch sagen dann ist die folge hier auch schon wieder beendet wir sehen uns in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat wie immer kommentar oder leidchen würde mich freuen ich sage ciao so